Eine kurze Session. Ich habe mich dafür entschieden, hier ein bisschen über das Adaptive Design für Canvas Apps zu reden. Also einfach allgemein, wie erstellt man so eine Adaptive Canvas App, was heißt das, was gibt es da für Möglichkeiten und ein paar nützliche Formen und Tipps und Tricks. Genau zu mir, ich bin der Jan Friedrich, ich bin Power Platform Consultant bei der NovaCopter, ich bin natürlich Teil von The Power Addict, von Marcel, seiner Community und wie gesagt, also ich mache natürlich alles in der Power Platform, aber am liebsten und hauptsächlich Canvas Apps. Ich habe ganz eine kurze, knappe Agenda, natürlich das Intro und dann gehen wir auch schon in die Canvas App und dann werde ich da alles zeigen, dass ich aber auch gar nicht so viele Folien habe. Entsprechend können wir schon eigentlich mit der Demo starten. Es fehlt hier mein Screen, sollte passen. Wunderbar, also was bedeutet eine Adaptive Canvas App? Ich habe mir hier jetzt mal einfach so eine Template App, ich glaube, das ist das Helpdesk, genau, die Helpdesk App auf dem Template erstellen lassen und wenn ich diese App jetzt abspiele, dann seht ihr das von der Größe her, also die hat hier eine fixe Größe. Ich mache das noch weg, so und wenn ich dieses Bild hier anpasse, also ich habe hier immer eine fixe Größe, ich kann das ein bisschen kleiner machen und das zentriert sich einfach immer wieder. Ich habe hier, ja, einfach eine fixe, eine fixe, also nicht fix, aber immer die gleichen Aspect Ratios sozusagen. Und jetzt habe ich hier in den Einstellungen der App, habe ich nochmals die Möglichkeit, diese Sachen hier umzustellen. Wenn ich hier dieses Gate to Fit ausschalte, jetzt werdet ihr gleich schon einen ziemlichen Unterschied sehen. Jetzt seht ihr jetzt die App, also dieser Screen, der ist jetzt ganz auf der linken Seite, also was hier bedeutet, all diese, ihr seht ja auf dem Login Screen, all diese, diese Controls, die haben hier einen x-Wert von 0. Also, die meisten, genau, natürlich der hier nicht, der hat hier einen x-Wert von ein bisschen mehr, diese 77 Pixel, aber diese Sachen hier haben halt einen x-Wert von 0. Und das heißt, da wir jetzt dieses Log Aspect Ratio ausgeschaltet haben, können wir hier, also nutzt die App die ganze Breite aus und entsprechend ist das x hier ganz auf der linken Seite und nicht zentriert in der Mitte. Eigentlich natürlich cool, wir haben jetzt viel mehr Platz, aber auf der anderen Seite für diese App natürlich auch blöd, wenn das so aussieht und wie wir jetzt damit arbeiten können, machen wir am besten, zeige ich euch das kurz mal, einfach in einer leeren App. Also, gehen wir hier wieder in diese Einstellung rein, also wir haben ja prinzipiell in diesen, in den Canvas Apps kann ich entweder eine Landscape oder eben ein Portrait App erstellen, also eher im Mobile Design oder eher im Canvas Design, also im Desktop Design. Und hier kann ich auch nochmals die Verhältnisse des Screens einstellen, belaste das mal jetzt hier so und schalte hier wieder das Scale-to-Fit aus. Und entsprechend, als erstes zeige ich euch kurz mal die, die Size Breakpoints in der App. Also wir gehen auf die App, wir haben hier das Property Size Breakpoints. Was das hier bedeutet, das sind sozusagen, besser zeige ich das mal kurz mit einem Label, also hier das Screen, da hat das so eine Screen Size. Also wenn ich hier Punkt Size, also das ist hier die Size des Screens, die ist momentan auf 4. Das bedeutet, ich habe in der App, habe ich Size Breakpoints, also das heißt, wenn ich eine Breite, wenn ich diese App jetzt mit dem Desktop starte, habe ich hier ja jetzt eine Breite von meinem ganzen Desktop, also irgendwie 1800 oder so oder was auch immer Pixel. Und hier in den, auf der App, auf der Size Breakpoints, habe ich 0 bis, habe ich 600, 900, 1200. Also das heißt, wenn ich mit einem Gerät bin, das eine Breite von 0 bis 600 hat, dann bin ich im Size Breakpoint 1, wenn ich ab einem Gerät von 600 bis 900, 2, 900 bis 1200, auf der Stufe 3 und alles breiter als 1200, habe ich hier die Size Breakpoint 4. Ich kann euch das auch nochmal besser zeigen, also wenn wir hier, ich hoffe ihr kennt das, also die Developer Tools, im Browser habe ich hier die Möglichkeit, die solche Devices zu simulieren. Und ihr seht das jetzt hier schon, also wenn ich mal auf ein iPhone gehen würde, dass hier nur eine Breite von 400 hat, dann seht ihr das Label, das stellt gleich, also das erkennt, wir sind momentan im Size Breakpoint 1, also auf der kleinsten Größe 0 bis 600. Wenn ich dann irgendwie, sagen wir auf ein AirPod Air gehe, das ist zwischen 600 und 900, das ist irgendwie hier beim Size Breakpoint 2. Nehmen wir mal das Surface Duo, das seht ihr jetzt im Hochformat ist das immer noch 900 breit, das ist irgendwie hier schon beim dritten, zwischen 900 und 1200. Und wenn ich jetzt das Surface Pro noch quer halten würde, dann sind wir bei 1300, also haben wir wieder diese Size Breakpoint von 4. Also ich hoffe, so konnte ich mal kurz zeigen, was diese Size Breakpoints überhaupt sind. Diese sind später noch sehr relevant, wenn wir in der App selbst, wenn wir irgendwelche Größen von Controls oder Texten oder Logos oder so, wenn wir diese entsprechend von diesen Size Breakpoints abhängen machen wollen. Genau, also hier die Size Breakpoints und auf dem Screen selbst habe ich auch nochmals die Möglichkeit, hier die Größe einzustellen. Also die Höhe habe ich einmal und natürlich die Breite. Ihr seht hier schon, also die Max Function, die werden wir nachher auch nochmals benutzen. Das bedeutet eigentlich einfach, ich nehme hier, also es prüft diese, ich kann hier beliebig viele Nummern hinzufügen und es prüft mir einfach, ja, was ist die größere davon und diese wird dann effektiv genommen. Also App.Width ist eben die effektive Größe der App, mit welchem, also abhängig von dem Gerät, wo die App gestartet wird. Und das ist eigentlich das Relevante hier. Wir können das auch so belassen, aber wir können das auch so machen. Die App.Width machen wir das rein. So, und vorhin haben wir jetzt gesehen, in dieser App haben wir einfach immer nur diese Buttons hier reingepackt. Die haben alle feste X-Werte, Y-Werte, Breite und Höhen. Und wenn wir jetzt hier ein bisschen was anderes machen wollen, also sagen wir, wir wollen hier irgendein Formular und eine Galerie reinpacken, dann gehe ich jetzt hier hin und sage, ich möchte einen Container haben. Ich habe hier die Auswahl zwischen verschiedenen Container. Einerseits die horizontalen und die vertikalen Container. Was bedeutet das? Das zeige ich gleich. Am besten fange ich an mit dem normalen Container. Das ist natürlich nicht so gut. Also Container, wie der Name natürlich schon gesagt, beinhalten irgendwelche Sachen. Und der Unterschied zwischen diesen beiden Arten von Containern ist, hier in so einem Container kann ich die Items, die ich hier hinzufüge, diese kann ich beliebig verschieben, einsetzen, wie ich das will. Ich kann sie natürlich eben nicht aus dem Container herausziehen. Das ist ja der Sinn davon. Die sind in diesem Container und die bewegen sich dann auch mit mit diesem Container. Und hier habe ich die Auswahl zwischen einem horizontalen und einem vertikalen Container. Und ihr werdet jetzt gleich sehen, was hier der Unterschied ist. Also wenn ich hier ein Textlabel hinzufüge, dann füge ich hier nochmal ein Textlabel hinzu. Und noch eins. Und ihr seht das schon. Also die werden hier schön ineinander aufgelistet. Also wie das hier das Symbol schon sagt. Und wie ich das jetzt für meine, für meinen Vorteil nutzen kann. Ganz einfach. Also ich nehme jetzt hier mal kurz all die Label hier raus. Ja, die brauche ich nicht mehr. Und jetzt habe ich hier diesen Container. Und am besten fangen wir, genau, wir fangen jetzt hier ganz oben schon an. Dieser Container, der sollte ja, der sollte immer x, ist ja immer 0. Also der soll immer bei 0 starten. Y auch. Die Höhe dieses Containers, die setzen wir nicht fest mit einer Zahl, sondern wir machen jetzt hier Parent.Viv, sorry, wir sind bei der Weite. Also wir gehen auf Parent.Viv, also der Screen, der Parent, das Control auf die Weite. Das heißt, wenn wir den, wenn der Screen größer oder kleiner ist, weniger frei, wird das auch hier dieses Control automatisch angepasst und lappt nicht einfach rüber oder sonst etwas. Genau das Gleiche machen wir auch noch bei der Höhe natürlich. Also wir gehen auch wieder auf die Parent Height. Und ihr seht jetzt schon, also das Control ist schön ausgefüllt. Der Container umfasst den ganzen Screen. Und jetzt nutzen wir diese, diese Eigenschaften des Control, des Containers. Wie gesagt, wir möchten gerne einen Form haben. Und ihr seht jetzt schon, das Form, wenn ich das einfüge, das ist automatisch auf der Größe wie dieser Container. Und wenn ich hier jetzt noch, sagen wir, eine Gallery einfüge. Also jetzt seht ihr hier, diese beiden, die Forms und die Gallery, die haben sich vielleicht schon nebeneinander platziert. Und auf dem Container selbst, beziehungsweise hier auf dem Form selbst, haben wir dann hier diese zusätzlichen Optionen, also diese Flexible With. Das ist eigentlich das Ganze, die ganze Hexerei hier. Also ich kann hier einstellen, ja, wie viele oder wie groß soll der Anteil des Forms aus dieser, aus der ganzen Größe sein. Also ich habe hier jetzt zwei Elemente in diesem Container. Ja, also und beide sollen die Mitte ausfüllen, also bin ich bei 1 von 2 und auch bei der Gallery, bei der Gallery, die füllt auch 1 von 2 auf. Ich kann hier nochmals Minimumgrößen feststellen, also festsetzen. Das brauchen wir jetzt hier aber nicht, aber ich kann jetzt zum Beispiel auch sagen, ja, die Gallery, die möchte ich vor dem Forms haben. Also verschiebe ich die einfach hier bei Reorder und die Gallery ist links. Jetzt sage ich ja, die Gallery, die ist nicht so wichtig. Die soll zum Beispiel nur die 0,5 sein. Also ist die jetzt gleich schon ein bisschen kleiner und ihr seht, dass bei uns das übernimmt hier automatisch wegen dem Flexible With die Größe, also das ist automatisch schon gleich groß. Nehmen wir kurz kurz ein paar Demodaten. Einfach, dass wir eine Form haben. Genau das Gleiche machen wir auch noch bei der Gallery. Kann ich euch das schon ein erstes Mal zeigen, also wir haben jetzt hier ja auf dem Screen nur ein Control in der Gallery, da in Form. Und wie ihr jetzt schon seht, wenn ich das hier so auf die ganze, also wenn ich die Größe ein bisschen anpasse und alles, also wir sehen schon mal auf die Breite, es geht mit. Also das funktioniert, wenn ich das kleiner mache, größer mache, breiter, weil es jetzt natürlich noch nicht ist. Wenn ich das ganz klein mache, seht ihr, dass hier dann langsam Probleme bekommt. Oder noch nicht? Ah genau, so, also ganz klein bekommt das jetzt auch noch Probleme. Das könnten wir sogar auch noch ausschalten. Das wird jetzt vermutlich die Minimum Width sein, das könnten wir auch noch auf Null stellen. Auch auf Null stellen, denn auch hier können wir die auf Null stellen lassen. Dann können wir das bis zum Mobile Format sozusagen sogar runter machen, theoretisch. Genau, also seht ihr, dass die Ratio, die wir im Container festgelegt haben, die wird immer noch fest. Also das sind hier knapp ein Drittel und das sind hier die Dreiviertel, die wir haben. Und das funktioniert so auch ganz gut soweit. Gehen wir jetzt aber, also gehen wir noch mal kurz zurück, also hier machen wir kurz. Das ist New, dann sehen wir das ein bisschen besser. Also, also ihr seht das hier schon, wie sich jetzt das Form verhält. Also, das ist auch schon eigentlich relativ gut. Wenn wir das kleiner machen, fühlt sich das automatisch auf. Es geht untereinander. Und das ist deshalb, also wir haben hier in Form ja diese einzelnen Karten, die Karten selbst, fangen wir zuerst, fangen wir zuerst hier an. Genau, also diese Längen, die sind ja immer auch schon hier. Also da haben wir ein paar Sachen, die schon ein, die schon fix so eingebaut sind. Zum Beispiel ist hier das Textfeld selbst, das ist immer auf der Größe des Parents, also der ganzen Karte. Einfach minus diese 60 Pixel. Also der Standard verwendet hier auch schon gewisse diese Formel. Auch das Y ist hier berechnet über die Höhe des Titels selbst und noch ein kleines Padding von 5 dazu. Und wir können jetzt hier das Snap to Column ausmachen. Ich will euch jetzt bei der Width auch noch was zeigen. Und hier kann man genau das Gleiche auch machen. Also ich gehe hier zum Beispiel hin. Ich möchte, dass der Titel immer über die ganze Breite geht. Und jetzt möchte ich das Formular, ja das soll doch nur 0,5 sein. Aber das soll nicht ganz so groß sein. Und dann sieht das auch gar nicht mehr so schlecht aus. Und dann sagen wir, ja der Vertragspartner, das soll immer nur die Hälfte meines ganzen Forms sein. Also kann ich hier einfach die Hälfte, also durch 2 rechnen. Der Vertragspartner, mache ich genau das Gleiche auch nochmal bei der Weite. Die Hälfte ist auch. Und hier die Attachments, die können wieder über die ganze Breite gehen. Ihr werdet jetzt auch gleich schon sehen, wie sich das so ein bisschen verteilt oder was sich jetzt geändert hat. Und zum Beispiel diese zwei sind immer auf der gleichen Seite. Also ich habe die jetzt auch, wenn der Screen extrem klein wird, diese zwei habe ich immer auf der gleichen Höhe, falls ich das unbedingt will. In diesem Fall jetzt natürlich nicht so eine coole Sache, weil ich dann gar nicht mehr erkenne, was hier steht. Aber dazu kommen wir jetzt auch noch gleich. Also wenn wir jetzt hier im Formular wirklich die Anforderungen haben, ja, das soll größtenabhängig auch noch den Text hier anzeigen. Also wir haben vorhin gesehen, der Vertragspartner, der kann man irgendwann nicht mehr lesen, wenn es so ganz klein wird. Dann könnten wir hier zum Beispiel die Fonds-Size anpassen. Also wir haben vorhin, haben wir ja gesehen, ich füge das am besten nochmals hinzu, dieses Label. Ganz unten hier. Parent.Size wieder. Also wir sehen, wir sind hier beim Size Break 4. Und jetzt sagen wir, wir haben ja diese Size Break Points. Und dann sagen wir mal, alles was kleiner ist als 2, also alles was unter 900 ist, wir haben ja 0 bis 600, 600 bis 900. Alles was unter 900 ist, wollen wir diese Größe hier nicht mehr 13 haben, sondern 8 oder so. Und dann kann ich hier eben mit diesen Size Break Points, kann ich ganz einfach mit der Ifs-Formel, kann ich mir hier etwas zusammenbauen. Also zum Beispiel If, jetzt geben wir Screen1.Size ist equal to, oder wir machen hier, was haben wir gesagt, größer, kleiner als 2. Dann wollen wir nicht mehr 13 haben, sondern zum Beispiel nur noch 6. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen extrem. Sonst haben wir 13. Also ihr seht, momentan ändert sich nichts, weil wenn wir hier auf dieses Property gehen, also die Screen Size, die ist momentan auf 4. Von Screen1, das sehen wir auch hier unten nochmals. Entsprechend wird hier die 13 gezogen und nicht die 6. Aber wir jetzt hier nochmal reingehen würden und das Ganze ein bisschen kleiner machen. Das ist natürlich nicht das allerbeste, aber ihr seht, also ich könnte das jetzt theoretisch auch auf irgendeinem Handy oder so prinzipiell lesen. Aber das ist sozusagen das Prinzip von dieser Größe und das kann ich natürlich auch überall anwenden. Ihr seht, das ist schon wieder zurück. Sagen wir, ich muss irgendwie noch ein Logo hinzufügen. Also ich habe hier oben ein Icon. Das ist natürlich nicht so cool, dass ich das alles wieder ohne Container mache. Aber wir können hier zum Beispiel mein Container. Dann schneiden wir den aus, biegen den hier ein. Jetzt verschachten wir gleich schon die Container. Ja, ein Moment. Hier wieder natürlich das Parent with von meinem obersten Container. Hier habe ich jetzt einen horizontalen Container. Das ist deshalb, weil ich jetzt hier nochmals einen vertikalen habe ich hier, weil ich hier jetzt drei horizontale möchte. Und diesen mache ich jetzt ganz klein. Der soll nur 0,1 der ganzen Fläche übernehmen. Und der soll bei mir jetzt so als Header funktionieren. Also dann könnte ich jetzt natürlich auch den Header oder so umbenennen, dass ich das auch weiß und das wäre der Container Main. Dann ist das auch ein bisschen klar beschrieben. Und hier kann ich jetzt diese Icon auch wieder reinmachen. Entschuldigung, natürlich nicht hier, sondern dann muss ich den Container Header anwählen. Und kann hier das Icon einfügen. Genau das gleiche mit dem Label, dass es nicht mehr einfach da unten selber rumschwirrt. Dann kann ich auch wieder den Container Header anwählen. Das reinpasten. Jetzt habe ich natürlich das Problem Parent Punkt Size. Dieser Container, der hat keine Size. Also das muss ich jetzt hier wieder ändern. Auf Screen One Punkt Size. Und dann wird das wieder richtig angezeigt. Und ihr seht ja auch wieder, also dieser Container, der zeigt diese beiden Symbole auch schön miteinander an. Ich könnte jetzt hier auch diese Symbole noch anpassen. Also die haben momentan die Höhe, einfach eine hartkodierte Höhe. Aber man kann hier auch sagen, stretch it. Also ich möchte, dass die immer so hoch sind. Ich möchte, dass die immer so hoch sind, wie der ganze Container selbst, also der Parent. Und dann kann ich hier, ihr seht das, wir haben noch keine Flexible With eingeschaltet. Das kann ich hier wieder einschalten. Das ist prinzipiell wieder auf 1 von 2. Und dann kann ich hier, wie ihr seht das, wir haben noch keine Flexible With eingeschaltet. Genau das gleiche Prinzip hier unten. Und bei dem Icon ist natürlich nicht so cool. Können wir hier noch mal 50. Und zum Beispiel die Größe oder sonst die Breite wäre jetzt bei einem Icon etwas, dass man super gut über diese, über diese Size-Breaks machen kann. Ich sehe, ich bin schon fast am Ende der Zeit. Dann will ich noch ganz kurz in der Galerie etwas zeigen. In der Galerie lässt sich das gleiche natürlich auch machen. Also ich kann hier einen Container einfügen. Falls ich das möchte, hier ist der Unterschied, dass ich nicht auf die Parent-Hate gehen kann. Sondern ich muss das Template halten. Ah, das ist Mark. With natürlich. Und hier haben wir die Parent-Pamplette-Height. Jetzt hätte ich hier die Möglichkeit auch wieder diesen, all diese Sachen hier in diesen Container einzufügen. Ich muss dann halt einfach nochmals mit der, mit den, mit den Bezeichnungen über den Parent. Das ist das gleiche wie vorhin. Also diese Container können halt nicht als Parent angewählt werden. Oder hier natürlich ist der Parent ein Container. Und dann funktioniert das nicht, das Select in einer Galerie. Aber ich denke, das Prinzip ist ziemlich klar. Also so könnte ich jetzt hier auch wieder schön nebeneinander diese, diese Textboxen aufbauen, dass die mal eine fixe Länge haben. Ja, ist jetzt natürlich nicht so super schön. Aber ich denke, das sollte mal so prinzipiell eins, zwei Sachen über Adaptive Design gezeigt haben. Sind soweit irgendwelche Fragen? Egalen. Vielen Dank.